Hallo Leute, willkommen zu meinem sechsten HTML-Tutorial. Im letzten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man Blog-Quotes und ungeordnete Listen machen kann. Heute werde ich euch zeigen, wie man Schriften verändern kann und das mit dem Font-Tag. Also fangen wir mal an. Ich schreibe irgendeinen Text zwischen die Body Texte, zum Beispiel mein schöner Text und das kopiere ich jetzt mal, um mein Paragraf zu repräsentieren. So, das reicht. Und jetzt, damit ihr den Unterschied erkennt, werde ich erstmal, also einen Teil so lassen, wie es ist und den anderen Teil verändern. Dazwischen tue ich ein Break-Tag, oder lieber zwei Break-Tags. Also die Break-Tags kennt ihr schon, damit man den Unterschied besser sehen kann. So, also das ist jetzt mein Text, wie er jetzt ist. Und jetzt werde ich ihn verändern. Und das mit dem Font-Tag. Also Font-Tags sind, wie der Name schon sagt, werden die mit Font geschrieben. Also Tag und dazwischen die Größe und Gleichzeichen schreibt man Font. Und wie bei allen Tags, werden die Attribute in den Öffnungs-Tag geschrieben. Also wenn ihr jetzt die Farbe verändern wollen, dann könntet ihr euch eigentlich schon vorstellen, den schreibt man Color. Und wie beim Background-Tag schreibt man dann zwischen die beiden Anführungsstriche in eine Farbe. Ich möchte jetzt meinen Tag-Screw-Namen. Speichere ich das kurz ab und zeige das euch. Und die Schrift kann man verändern. Um ein neues Attribut zu machen, macht man einfach wieder Abstand und schreibt dann das neue Attribut rein. Jetzt mache ich das Size-Attribut und die Standardgröße ist 3. Und ich zeige euch das jetzt mal mit 6. Speichern. Jetzt seht ihr meinen schönen großen Text hier. Und ja, also jetzt zeige ich euch, wie man die Schrift verändern kann. Das macht man mit dem Face-Attribut. Ist gleich und dort könnt ihr, also die Standardschrift ist Timesly Roman. Ich mache jetzt mal, ähm, ja, abspeichern. 5. Jetzt seht ihr, dass man ein schöner Text. Arial ist. Also, ja, und nicht mehr Timesly Roman. Als nächstes zeige ich euch, wie man die Schrift kursiv machen kann. Dafür lösche ich jetzt mal die Font-Text. Und, ähm, ja, ich behalte ein paar von denen. Also kursiv, fett, ähm, und unterstrichen. Zwischen, dazwischen mache ich mal Break-Takes, damit man das im Browser besser sehen kann. So, ähm, ja. Ähm, um das fett zu machen, braucht man den Bull-Tag. Also, man macht einen Tag und dazwischen schreibt man in den Browser B. Nicht am einfachsten zu merken. Ups, hier habe ich was. Okay, so. Das zeige ich euch jetzt mal. Das seht ihr meinen schönen, fetten Text. Und, die anderen sind I für Italic und Kursiv. Ähm, hier mache ich ein Tag für unterstreichen. Das ist so U. Den schließe ich jetzt hier wieder. Und durchgestrichen, das ist S für wahrscheinlich Strikeout oder sowas. Und, ja, ich speichere das jetzt mal und zeige euch das. Jetzt seht ihr all meine verschiedenen schönen Texte, die hier unterstrichen, fetten, kursiv und durchgestrichen sind. Und, ähm, wenn ihr das bei einem Paragraphen machen wollt, also einen ganzen Paragraphen fett machen wollt, dann macht ihr einfach euren Paragraph-Text. Den kennt ihr ja schon. Äh, Tag meine ich. Und dazwischen macht ihr mein cooler Paragraph. Wenn ich denke, das falsch schreibe, dann ist das nicht so schlimm, ist es ja mein Beispiel. So, wenn ich jetzt den ganzen Paragraph verändern möchte, dann schreibe ich direkt nach dem Paragraph-Tag ein Font-Tag. Und hier, vor dem, bevor der Paragraph-Tag fertig ist, ähm, schließe ich den Font-Tag. Also, zwischen dem Paragraph-Tag mache ich den Font-Tag und dann kann man hier einfach die Attribute reinschreiben. Das heißt, es ist gleich, ähm, wenn ich jetzt ein kleineres haben möchte, 1. Zeige ich euch mal, wie klein das ist. Ziemlich klein. Ich weiß nicht, ob man noch 0,5 machen könnte. Mal schauen. Ne, es geht nicht. Aber, vielleicht 0,5. Na, ist eigentlich egal. Ähm, ja. So, also, so ist es, so kann man das mit einem Paragraphen verändern. Wenn, ja, das war es eigentlich für dies Tutorial. Ja, ähm, oder ne, ich kann euch noch kurz zeigen, wie man Space, also, ähm, ja, wenn man Ja-Zeichen zwischen Texten machen kann. Weil wenn man jetzt hier zum Beispiel Text macht und, ähm, der soll hier weitergehen. Ähm, ja, dann reicht es nicht, wenn man hier einfach nur so Space im, in, also, Leerzeichen im Notepad macht. Weil das wird im Browser einfach so angezeigt. Deswegen braucht man so genannte N, Non-Breaking-Space-Symbols. Und da schreibt man einfach ein Und-Zeichen, dann B, S, P und dann ein, ähm, Punkt, äh, Strichpunkt. Und, ja, also, zwischen solchen Texten ist normalerweise immer einfach ein Space. Und wenn man so, solche, ähm, solche Space-Symbols dazwischen tut, dann kommt da Space, da, kommt da Platz dazu. Also, das war's, ähm, für dieses Tutorial. Im nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, wie man Links macht. Und, ähm, ja, abonniert meinen Channel, kommentiert und bewertet das Video bei Fragen, schreibt mich an. Ich hoffe, ich hab euch geholfen und tschüss, bis zum nächsten Mal.